nein hallo Leute jetzt sind wir wieder zurück und Philipp ist noch immer dabei dieses Schumpen zum Punkt zu schaffen ja es sieht aber jetzt gut aus weil ich habe jetzt eine Brose gehabt eine neue Optifine-Version ist draußen die gucke ich mir gleich mal an vielleicht ist die für 174 Alter wenn ich es jetzt nicht schaffe 175 meine ich Peter, meinst du ich schaffe das? ne warte, Konzentration Konzentration oh Scheiße Tja tut mir jetzt überhaupt nicht leid und so ne Spaß Alter warte mal, kannst du sagen oder wollen wir es ab jetzt so machen dass wenn einer das geschafft hat dass der andere sich einfach tp'n darf ne ist kacke weil dann kriegst du dann sind wir immer gleich mit dir Tode eigentlich und ich bin halt schon früher fertig dann habe ich mir einen Vorteil kassiert ach Philipp ach Hater du musst dich konzentrieren, nicht erst beim letzten Sprung konzentrieren zu tun nun man sollte eigentlich bei Betten weniger Fallschärten kriegen oder wird ganz cool naja du zeigst schon wieder neunster Snapchotten nö, die sind gerade auf kurzem Spaß, keine Ahnung, also heute könnte einer rauskommen warum heute? natürlich ist das, wo das Video hat hochgeladen wurde nicht so der Fall ich guck grad mal nach, dabei guck ich dir wieder zu nö mein Gott, du es ist so vorher kommt ja erst die 174 176 könnte vielleicht sogar schon raus sein wo das Video hier veröffentlicht wird und Philipp, ich freu mich schon so, wenn es Minecraft VRM's endlich für Deutschland geht, da und Österreich ich weiß gar nicht, was das genau ist ne, Minecraft VRM's das ist einfach so wie ein Nitrado nur dass man halt auch was zahlen muss und dann einen Minecraft VRM-Server hat und auf dem Minecraft VRM-Server kann man in-game alles modifizieren und Minigames draufpacken, whatever also im Grunde eine ganz normale Wandel-Server ja, ich glaube man kann es ja ne, Bucket kann man nicht drauf machen auf jeden Fall wird das von irgendeinem Hoster gesponsort Minecraft VRM's und ja, kostet aber was das gibt es ja für sie, die gibt es ja glaube ich schon also irgendwie kommt mir das irgendwie sinnlos vor ja, da gibt es noch spezielle Sachen, was auch irgendwie, was weiß ich das ist ja alles, ne aber das ist glaube ich sogar ein Netzwerk und nicht irgendwie übers Internet ich habe keine Ahnung boah alter, ganz ehrlich, ich habe gleich keinen Bock mehr da wird es ja jeder leichter ja, nur die letzten zwei Sprünge sind leichter und jetzt konzentrier dich mal ich schwöre mir nicht verpisst dich mal meine Mutter fettelt es zu meinem Eltern an oh mein Gott, was werden die da wohl alles schön du Bastard darf ich dich nicht tippen oder was? ey, hör mal auf ja gut, ich hör auf ja, ist klar, weil du dich selber gekillt hast ich wollte dich töten ja, das geht nicht bei Minecraft Vanilla Philipp, das ist ein Joker, ne ey, ist mir jetzt egal ey, jetzt darf man nicht zu lange dauern sagen wir, wenn man es die ganze Zeit ja nicht schafft dann einfach YOLO, weißt du okay, dann hat er Philipp einen Joker verpasst nein gut, Philipp, du hast jetzt noch einen Joker, ne alter, die Joker sind für den Arsch so, ich mache jetzt auch weiter ja, aber dann machen wir nicht Joker, ich weiß nicht, ne, egal überspringen das einfach kommt drauf an, welche Situation ja, es gibt einfach Ausnahmen aber man darf sich nicht cheaten, wenn das keine oh, Alter, das ist ja voll löscht ja, das wird jetzt schwieriger doch, hier fuck Alter, das wäre jetzt gemein scheiße, ich spring viel zu früh weg warte mal oh man oh, Alter fuck, fuck das war so knapp, was ich gesehen habe, ich habe einen Trick herausgefunden wie aber die ganze Zeit ein bisschen drücken und dann losbringen wer los du stinke, du musst du okay, ich will den Trick auch mal das war ein bisschen so schlecht und hier fuck fuck haha hey was ist das das ist das das ist das das ist das Part of the map you can't die Philipp, ne wir können nicht mehr sterben echt? ja ja ja, weil es dann zu lange dauert, ne jetzt dauert es noch länger, weil man dann immer zurück gehen muss ja ich konnte gerade vor meinem Tod noch hoch springen ja, dann deckts man, ich habe mich jetzt so gefreut, wenn ich stirb was das ist das was ist das denn für ein assiger sprung tja das ist halt das können von Philipp also was soll ich das hier betasten eigentlich was? soll ich dir helfen? geht aber nicht mehr Spacken drück doch einfach mal ganz lang und dann bis, äh bis das Ende ne das ist sinnlos ausgefahren ne das ist nicht sinnlos weil dann musst du nicht warten bis das ausgefahren wird, du vollposten, du dann kommst du kannst du siehst du das ist voll der scheiß nö, ich habe es geschafft mit links und du mit rechts oder du wirst es mit rechts schaffen mit Mittelfinger geht doch Philipp, Mist sag ich jetzt nichts weil ich es nicht geschafft habe hm alt ist das schwierig mit sich verarschen schwierig mit sich verarschen geschafft ja no leaving the factory ich habe die Verpflichtung äh ich habe es können wir schaffen cool ich muss einfach nur gelten und jetzt zum Beispiel nicht durch die Sprinten das ist wenn man es irgendwie schafft geht das wirklich ich nö das stimmt du ich bin nicht ich bin will ich warum das ist so schwierig jetzt schon bist jetzt bei dem ja genau das habe ich schon geschafft das ist richtig schwierig philipp aber ich hatte volles glück oh mann also zaunensprünge sind so kacke ich meine jetzt eisenzaunen ich liebe diese eckleitersprünge eigentlich wenn sie einfach sind ich liebe speed jumpen weiter scheiße fps einbrüche der spieler scheißen die abgrenzen muss das am besten er hat aber irgendwann muss man abbremsen wird so nicht weiter geht ja hier schon aber beträgt dort nicht und habe ich überhaupt kennt verordnung besucht mir leute ich bin schon wieder zu wenig stets kommen als geschafft hatte warte mal ach es verdammt auch meine eier will ich bin hab dich jetzt voll überholt bei wie überholt ja ich bin schon bei der übernächsten aber das nächste ist eigentlich ziemlich einfach geil dass hier glowstone ist brotl hoffentlich kriegst du nur drei raus ne ich hab schon auch jetzt wieder zwei dann hab ich zwei blöcke hui hopp 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 alter alter ich hab das nicht alter wo habe ich einen vorsprung krass geht doch alter tja ich warte mal auf dich glaubst du mir nicht wird es dir wieder schwieriger oder was ja das zaun hier ist kacke und mann um n n n n n n n n n könnte ich kurzen gehen n 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 ich bin von einem Zahn vorbeigezischt ich hab den sogar noch berührt oh man auch scheiße Philipp es wird Zeit für ein Thema nicht mehr doch wo war deine Schwierigkeit hier um bei hier gar nirgends eigentlich wenn sie müssen kommen hast die am meisten Anna du kannst recht drin bleiben wir sind gerade in der Aufnahme du bist erwünscht ähm welche Wochentage ich hasse ja ich hasse den Donnerstag weil da am nächsten Tag bei der Schule ist und man da nicht ausschlafen kann am Sonntag Montag hasse ich, ich hasse Mittwoch und ich hasse Donnerstag von der Schule aus gesehen hasse ich den Donnerstag aber es ändert sich von Jahr zu Jahr bis jetzt immer den Mittwoch und den Montag hast du und wenn du so nett wärst dann könntest du mal auf Ask.fm so nachgucken wenn du da angemeldet bist und ein paar Fragen und stellen hast du das Anna? äh was? ne ja oder frage uns einfach Sachen die du irgendwo findest auf Ask.fm würde ich es dir empfehlen einfach auf Zufallsfrage drücken und dann ist jetzt zum Beispiel was ist der teuerste Gegenstand den du jemals gekauft hast der teuerste Gegenstand was 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 wo wo ging? ich habe mir selber gekauft ja den Todeserlehrer gekauft das war ich glaube man läuft ich meine mein Bett oder so zu ja nicht dazu also ich habe mir kommen was selber gekauft muss man sich der registrieren ja ich gehe zusätzlich ins System kurzen aber das hat auch Bruckenschwanz TV und so also oh ne keine Ahnung was hab ich mir selber gekauft nicht ne ne keine Ahnung äh ähm Philipp ich habe einen Rekord geschlagen ach NEIN alter oh Philipp ich damit darf ich bitte ach man ich muss ich brauche irgendwas zum Knudeln ich brauche irgendwas zum Knudeln ich brauche irgendwas zum Knudeln oh Philipp ein Schwanz ich habe ein Echo ja es nicht ach doch ein Doktor Hunde Co jetzt nicht mehr rede leise gesundheit genau so sehen und mir weiß nicht anders an und das sollst die Aufnahme sprengen ja 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 wenn du runterfalls musst du mal sneaken das sieht cool aus ok ich bin da jetzt oh ach das sieht aber echt geil aus das wird synchron runtergefallen drückt dann einfach auf er ist eh Zufallsfrage erhalten ne also Fragen und dann auf Zufallsfragen gerne warte wo muss ich das hin mhm 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 f mhm mhm d mh